Moin! Herzlich Willkommen hier zur Dienstagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch VierfachMap Version 2.0 ohne Gräben. Ja, das machen wir. Wir sind dabei, wie immer, wie die letzten 45.000 Ausgaben, Ballen zu pressen. Und, äh, verkaufen die aber auch gleich. Für Silageballen gibt's einfach mal im Moment richtig Asche. Wir haben schon ganz viele eingelagert. Boah, da ist doch nix. Hallo? Boah, jetzt meint er wieder, da wäre eine Kollision. Da ist aber keine Kollision. Und, danke. Sogar sogar... Untertitelung des ZDF, 2020 Und verkauft Können wir gleich weiterfahren Ach, ne So viele Schauen wir vielleicht noch die 9 Millionen Grenze jetzt In dieser Folge Ziel ist es ja, Feld45 mal zu kaufen Einfach um es zu haben Ja, unser Tiertransporter müsste jetzt hier wieder am Hof angekommen sein Oh, nein, jetzt hänge ich auf dem Zaun fest Oh, nein, jetzt Der soll dann ja auf die andere Seite. Hat er das jetzt eigentlich gemacht? Ja. Kommen wir jetzt für 20 Rinder da nochmal hin? Ja, ne? Ja, machen wir. Klar. Jedes Rind hat das Recht auf eine Karriere als Schnitzel, wollte ich gerade sagen, als Steak. Ab dafür. Und jetzt will ich mal gucken, was denn hier meine Produktion sagen. Kompost da, Kompost, 300.000 Liter. Ah ja, da könnte ich mich mal drum kümmern, da unten. Hier um meinen Hakenlift. Kann ich dann hier einsteigen? Als Verarbeitung, dann gehen wir da eben hin. Ist ja auch doof. Jetzt macht er jedes Mal ein Screenshot, wenn ich hier... Kann ich sagen, hier ist Pause. Wieso ist hier Pause? Wieso läuft hier nichts? Aha. Ja. Wo die Holzpolle in Vollsinn. So, jetzt kann er zumindest weiterarbeiten. Und ich kann mich hier um die Hackschnitzel kümmern. Und ich kann mich hier um die Hackschnitzel kümmern. Und ich kann mich hier um die Hackschnitzel kümmern. Und ich kann mich hier um die Hackschnitzel kümmern. Wenn ich hier irgendwie auf immerhin meine Knöpfe drückt. So. Ich wollte natürlich noch gar nicht abladen. Ich wollte ja eigentlich... Ich will den hier eigentlich gar nicht abladen. Ich will hier eigentlich schon mal Platz machen. Musik Achso, das war ja... Ich bin auch doof. Das war ja meine Plattform für die Bretterpaletten auch. Naja, hol ich gleich. Hol ich gleich. Hier geht das aber auch fix voran, ey. Oh, der hat auch gar keinen Brennstoff mehr. Aber so gut wie kein Brennstoff mehr. Musik 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 Wir müssen uns hier um alle Produktionen jetzt im Moment kümmern. Ich muss mal einen Schluck trinken. Bitte entschuldigt. Weiter Hackschnitzel abholen. Dann werden wir hier noch was los. Bestimmt, bestimmt werden wir hier was los. Okay, das muss reichen. Gucken wir jetzt mal eben was hier die Palettenproduktion unserer Hackschnitzeln geben will. Okay. 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 15.000 fast. Ja, egal. Ich freue mich über alles, was ich hier kriegen kann. Kein Ding. Ja, 7.000 hätten noch reingepasst oder 6.500. Ist doch okay. Die können hier weiter produzieren wie die Geisteskranken. Oh, der Big M hat durchdrehende Reifen. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Ich will hier eben die Mulde absetzen. Kümmern wir uns jetzt erst eben drum. Ja, und ihr hört es auch passend dazu. Die Zeit ist um. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Für jeden Kommentar, jeden Like oder jedes Like, jedes Abo. Ey, riesen, riesen, vielen, vielen Dank. Unterstützt mich tierisch. Und ja, vielleicht guckt ihr nachher um 12 rein bei Let's Fly X-Plane 11. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr morgen früh um 10 Uhr wieder reinguckt. Zur nächsten Folge Let's Play LS17. In diesem Sinn sage ich mal ciao.